Sag mal, kennst du Kununu 5.0? Kununu 5.0 ist aus meiner Sicht ein völlig bescheuerter Versuch von Unternehmen, ihre Bewertung im einschlägigen Mitarbeiterbewertungsportal zu verbessern. Glaubt ihr ernsthaft, das nimmt euch jemand ab? So toll kann gar kein Unternehmen sein, dass jemand ernsthaft eine 5,0 vergibt. Genauso kann kaum ein Unternehmen wirklich 1,5 Sterne schlecht sein. Dann würden doch gleich alle Mitarbeiter davonlaufen. Die eigene Bewertung auf diese Art aufzupeppen, ist doch nur ein Ausdruck von Hilflosigkeit und Verzweiflung. Chef fragt die Truppe. Leute, seid ehrlich, was gefällt euch nicht an mir oder meinem Verhalten? Äh, nix Chef, sie sind der beste Mann, du du bin.